Oh, 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 oh! Wie ist das jetzt immer drin? Oh, das ist wieder Hit! Oh, in der Fall... Oh, in der Fall... So, und dann gehen wir mal auf die Schmiererung, ne? Jetzt schauen wir uns wie ein B-50 mal unterbieten könnte. Was für die Kürze ist, was ist das drastisch? Aber die Kürze ist ein bisschen unzogam. Oh, nein... Das ist der Kürze. Das ist der Kürze. Das ist der Kürze. Ach! Du hast einen Reifenschaden vorne links. Reifenschaden vorne links. Na ja, dann haben wir noch mal zurück in den Kopf fahren. Was war er einmal? So, mal. Da hat er sich versucht ein, das hat man sich mal gemerkt. Das ist irgendwas nicht. Das kann, weil ich hatte überhaupt nicht zu viele Geschwindigkeiten gehabt. Oh, man. Zum Kürze Eischen. Und ich bin eben noch zu schnell. Jetzt kommt echt los. Ja, man kann der Aaja hinweg die Halb von Kürze. Und jetzt werden wir trotzdem wieder den Jutze reträben. Da Foh gutes, dass du nicht precumulierst, sober um nach Ba ñba 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 ñbaajo ñba 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 So, der ist ein Rötchenkirch. Und natürlich, wenn die Idee erreicht wird. Oh, er hat einen Rötchenkirch. Das ist ein Rötchenkirch. Das ist ein Rötchenkirch. Hier sind wir an die Projekte. Die Rötchenkirch. Wenn man rausgeht, dann sieht man die Rötchenkirch. Dann hat man die Rötchenkirch. Keine Chance, wenn man das auch nicht hält. Oh ja. Oh, alles. Alles verkehrt. Schumacher und Evo. Schumacher. Schumacher. So ist mal ein Ding. Guck mal. Guck mal, jetzt geht es mir wie mehr. Jetzt wird noch die Strecke. Ich darf die. Der kann ich mal... Nein, nicht die. Der kann ich nicht rausgehen. Naja. Aber da kann ich nicht zu schnell reinfahren. Dann kann ich nicht mehr schnell auf die Startplätze. Aufgebrannt. Brems vor der Linie und schalte in der Grenze ein. Ach. Und da sind sie doch schon. Unsere. Unsere Jungs. Nein. Ich war zu schnell. Die Stewards haben dich um fünf Plätze in der Startaufstellung zurückversetzt. Ah. Bis dahin. So weit ist dann auch wieder. Jetzt die Frage, fahr ich nochmal raus oder? Ne, ich fahr glaube ich nicht mehr raus. Die letzten zehn Minuten. Heute hat Chloe nie mehr machen. Kamui liegt in allen drei Sektoren hinter dir. Ich fahre mit 2-1. Und schon ein relativ heftiger Unterschied. Wenn man sich das mal anguckt. Sind das acht Sekunden bis zu Timo Glock. Dann die Haltung von 90 vor Boemi. So. Und dann haben wir das Training erfolgreich. Du hast alle gesteckten Ziele für diese Session erreicht. Der Boss ist momentan sehr zufrieden mit dir. Im Becken mit. Das ist doch schön. Erster Training direkt der Erster. Wir kriegen ja noch fünf Positionen. Strafversetzung. Und ich muss mal eben schnell ein dringendes Geschäft erledigen. Und da bin ich auch schon wieder. Und. Jetzt lassen wir mal die alten Herren da schon mal. So. Ein bisschen fahren. Würde ich fast sagen wollen. Wir haben ja eh nur einen Qualifying. Platz 15 ist unser Ziel. Soweit ich das. Verstanden habe. Und Hemmings hat auch meine Bestseite. Damit kann man leben. Und wenn man hier denkt man. Ihr habt die gleiche Rimmel schon direkt. Und dann würde ich sagen. Dann fahren wir direkt mit der fliegenden Runde. Wir haben ja nur eine Runde gedreht. 1, 2, 3, 4, 6, 9. Das ist ungereifelt mit den Leuten. Und die Runde 5. Die letzte Strafversetzung. Da wir einfach drücken. Idiot. Das geht nur noch auf. Und die Runde war es noch nichts. Und erst. Verpackt. Das geht nur. Und die Runde fängt doch zwischen mir rein. Ich hatte eigentlich auch gebraucht. Und dann dachte ich schon mal weg. Und dann habe ich einfach nur noch da. Und dann habe ich schon gedacht. Dass das Flugbeschweckkett wird. Und dann habe ich schon eingestellt. Das war ja. Nein. Die Runde ist auch übergebracht. Okay. So. Ach. fears. Das sind dahin. Kannst du mal weg kann. Oui, die Runde ist aus. Nein. Soo. Es ist wirklich schlimm. Scheiße. Unruh Murилась. Neu. Ich hast teammates. Oder das. So, und wir schauen, wie er denn jetzt doch aussieht, also den Wunderzeichen wird ja wohl kaum bleiben. Wir waren doch zweitig mit der Tränen, wo der war direkt in der ersten Tränen und dann einmal viel zum Hügelbremse in der dritten. Wo kommen denn die restlichen Pienker her? Das ist ja älter. So viele Pienker hier auf dem Bildschirm. Perfekt. Ach du Scheiße, darf noch... Ui, willst du gar kein Bestmungsbedarf? Wo darf er das tun? Oh ne, das Spiel ist irgendwie nervöslich. Das war übrigens unerwartet, wenn wir zum Beispiel die Tüten auch unerwartet, wenn wir uns hier fahren. Und dann nur direkt einfach zuschliesslich, dass wir noch mehr haben. Ja, das ist ja auch noch Spaß. Oh ja, und da haben wir wieder mal gefilmt. Auf Erd wäre jetzt nicht so viel interessiert. So, ähm, ja... Über die Finanzverschleuchung sind auch so ein bisschen vorne. Diese Sprecke hier. Wahrscheinlich den Auton wieder wohl gut zulegen. Aber auch wär ja geil gefilmt. Das heißt, der Mängen, der wir bauen. Und das auch vom 1-2-Mann natürlich, die wir auch in der Kahn mit Musik verfließen. Am besten mal Weltmeister gewesen. Das ist ja das Problem. Okay, dann noch mal. Ich bin jetzt mal... Ich bin jetzt mal abdremmende Kurve. Ich bin jetzt mal abdremmende Kurve. Die hier mit dem All in die Allstreckenführung. Zum Beispiel bei der 1-2-6. Ich bin jetzt mal über den Wettelsträck. Ähm, da würde ich noch mit den Allstreckenführung und da. Diese Kurve einfach... Die Runde war nix, oder? Da war der Töblich Da war es dann wirklich so, dass das noch nie gekommen war und das wirklich noch schwierig war und spannend zu fahren Das wird schwierig zu fahren, wenn ich das sagen kann mal wieder Oh nein Was ist das denn? Man muss einfach nur mal rein, um das anzufahren Aber das stimmt auch mal wieder, was das ist Ich bin gar nicht weit wie schnell Ich könnte es mal auf die Anzeige gucken weil der liegt gar nicht auf die Anzeige weil ich auf die Anzeige reagiere Schau Ok, der erste Tag kann aber noch fahren so ohne Son fahren aber hier zum anderen 4 So ist da wo dann die Korbikombination kommt Oh ne Ich bin nicht gelogen Ich bin nicht gelogen Ich könnte jetzt nicht still da werden Ich bin nicht 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 cinco Ihr seid doch Das ist doch Natürlich Dreh dich jetzt nochal das Konzern hat Okay Sieht aus Meinen Dein Motor etwas zu heiß läuft. Dreh auf den Geraden nicht ganz so hoch. Oh mein Karmel hat ihn so hoch. Jetzt nehmen wir gleich deine Nachhaltigkeit. Die Führung war ja immer ein bisschen mehr. Ich brauche mir das selbe. Obwohl ich jetzt gerade mal wieder Sound hab. Und dann direkt die Kurve verpasst. Du hast fast kein Benzin mehr. Fast kein Benzin mehr. Komm in den nächsten zwei unten an die Box. So, jetzt haben wir gleich noch einen Runde. Weil wir ja dann physisch mit Infidemen besser fahren. Als jetzt diese Schrauben. So. Wir kommen hier doch mal. So, wir von oben sind 1650, ja. Aber Wurmbu hat mir da irgendwann nicht gekriegt. So. 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 Wir kommen hier mal wieder Sound. Und dann werden... Das ist mir nicht richtig großartig. Und dann... Das ist mir nicht richtig großartig. So. 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 Bis zum nächsten Mal.